Ah, falsch. Entschuldigung, ich brauche einen Moment in deinem Zeitraum. Nee, brauchst du nicht. Nachmittag. Sitze, trinke. Was kann ich für dich tun? Bist du Lorik Keen? Ich habe gehört, dass du mir kannst. Du bist der Spectre, der gerade gekommen ist, nicht wahr? Was kann ein alt Turian wie ich, wie du mit dir helfen kannst? Ich versuche einen Weg in die Garage. Ich habe einen Ort zu gehen. Du musst ein Pass geben. Wie fortuitös. Ich bin der Manager der Lokal Synthetik Insights Office, für den Moment, auf jeden Fall. Mr. Analehuis hat meine Office geschlossen. Er sagt, dass ich meine Korruption investigieren. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er hat sich ziemlich viel Geld, seit er direkt kontrolliert hat. Ich fühle mich ein Verbindungszimmer. Ich habe eine Verbindungen, da. Ich habe eine Beziehung von Analehuis' Beziehung. Er hat seine Beziehung von Analehuis' Beziehung. Er hat meine Office geschlossen. Ich habe es versucht, dass dein Ziel liegt außerhalb dieser Ort. Mr. Analehuis wird nicht verletzt, dass du überwanderst. Wenn Sie die Wahrnehmung von meinem Büro entfernen, ich werde Ihnen mein Garage Pass geben, und eine Summe von Krediten. Sie haben ein Plan? Ich habe. Aber es ist eine andere... Was ist das Charming-Human-Expression? Fly in the... Lotion? Violence gegen Mr. Annelias' Thugs ist notwendig. Er hat Mitglied der Handshan-Sekuriteteam für meine Büro. Er ist unter der Table. Frau Matsuo ist nicht zu wissen, dass ihre Ausgabe von der Ausgabe ist. Ich werde versuchen, zu holen Sie zu holen. Wenn ich glücklich bin, ich werde nicht mit jemandem kämpfen. Excellent. Hier ist mein Pass in unsere Büro. Es wird die Elevator aktiviert. Die Büro ist auf meinem Büro-Büro. Diese OSD hat eine Encryption-Key, um es zu erzielen. Slide es in die Drive, und es wird automatisch erzielen. Oh, und versuche, die Blutstains auf den Karpfen zu halten, würde ich? Ähm... Ja, mal sehen. Mal sehen, wie wir das machen. Das ist aber nicht nicht der Ort, wo wir hinwollen. Ja, das sieht nur ähnlich aus. Oh, hang up. Do not be fooled by these civilized surroundings. This is a place of secrets and lies. Das ist aber nicht der Ort, wo wir hinwollen. Ja, doch, ist richtig. Dieser Fahrstuhl ist auch direkt neben der Garage. Das ist aber auch direkt neben dem. Das ist aber auch direkt neben dem. Und dann kommt der Platz ab. Ausbeben! Anwalter und Sicherheit. Das ist aber auch direkt. Was machst du, wenn ich nicht? So, kann man es auch machen. Aber die Hälfte ist trotzdem noch da. Ich werde dich verraten. Ich werde dich verraten. Ach, auf einmal kommen wir hier rein. Ähm, wir können vielleicht... Wo ist die Schiffrierung? So. So. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Das hier, das auf jeden Fall. Und das auch. Panzerbrechen 3. Ja, bitte. Und wir sind jetzt mit Panzerung. Planeten, Stolen. Ähm, besser mal speichern. Ähm. Ja. 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 Vielleicht wüsste ich auch nicht, warum man das tun sollte. Interessant. Aber mir gefällt nicht, wie viel man im ersten Weg eins bis zum Aufzug fährt. Können wir nicht einfach die Treppen nehmen? Nein, ihr zwei, redet wenigstens mal miteinander. Sagt irgendwas. Entschuldigung, ich brauche ein Moment für deine Zeit. Entschuldigung, ich muss mich wiederentwickeln. Parasini, Noveria Internal Affairs. Warum ist ein Internal Affairs Agent hier? Die Executive Board weiß über Annaläis' Korruption. Ich bin unter Koffer für sechs Monate. Ich möchte Sie, Keane, zu testen vor der Board. Mit seiner Beobachtung, diese Planung kann wiederholen werden. Ich brauche Keane's Garage Pass zu complete meine Mission. Sie helfen mit meinem Beobachtung. Ich werde das alles, was Sie brauchen. Ein favor für ein favor. Annaläis ist dirty. Es ist besser, wenn sie helfen. Aber Sie sind nicht sicher. Sie sind nicht sicher. Ich mag das auch nicht. Sie Spectern spielen schnell und losz. Das ist schlecht für die Verhandlung. Das ist schlecht für die Verhandlung. Aber Sie sind nicht sicher. Wie kann ich nach Peak 15? Die Shuttle sind unter, also Sie müssen fahren. Wenn Sie Keane testen, ich werde in die Garage. Gut, ich spreche mit Keane und sehe, ob ich ihn kann. Danke. Du kennst, wo ich arbeite. Come talk to me once you know if he'll play ball. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Anelias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Anelias' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Anelias. They'll be more angry at him than at you. Alright, it is obvious that I cannot dissuade you. Very well, I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact, I will wait here. Nice. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be all right. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, yeah. Get a move on. You, Shepard! I demand you, place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. The music was a bit loud, but... Ansonsten... Das war... Schön anzusehen. Warum hat er dann auch die Nerven, mich um Hilfe zu bitten? Hmm... 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 Wow, diese Sprechchen hatte Motivation. Oh, diese sind die Matriarchen in den Krates. Dasselbe! What the, what are these things? Benes? What did you do here, Commander? The Geth ambushed us? We fought back. That's it. Geth? You expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the Matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources. No element, zero masses. Wenn Benezia-Sama's Container mit diesen Dingen gepackt wurden, sind viele mehr da draußen. Ich brauche Nummern, Kapitän. Ein Zehn? Ein Hundert? Ein Zehn zumindest. Es sind Maschinen. Du könntest sie feststellen. Ich muss zur Exekutive-Bürde informieren. Wenn die Worte über Luz-Geth kommt, könnte es ein Investor-Panik sein. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Springer, soviel ich weiß, kommen die in Mass Effect 2 schon nicht mehr vor und in Mass Effect 3 auch nicht. Die werden für den Mass Effect 3 Multiplayer eigentlich gar nicht mehr so kacke. Hier Die n совершенно nicht mehr so kacke. In der Kiste. Kann man glatt mal mitnehmen. Banshee 3. Ich glaube, es ist ein Upgrade, ne? Ja, ist es. Installierte Upgrades bitte übertragen. Und dann geben wir Garris, glaube ich, langsam auch mal. Was hat der Lancer? Dann kriegt der das. Und dann kriegt er noch eigentlich... Ne, Prozessionsgewehr haben wir keine. Das ist mit ihr. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020